ARD Text im Auftrag von Funk Okay guys, let's go. Was war jetzt gerade? Ich musste Alexa wieder mal abwimmeln und sie war mal wieder begeistert. Was hast du gerade gesagt? Ich hab süß was dran. Ich hab gesagt, die Runde geht los, alles klar. Nee, ich bin wieder telefoniert. Ey, die Arme. Ja, man kann halt nicht alles machen. Es soll einfach Discord kommen. Ja, unter mir. Boah, die Lobby laggt aber komplett. Oh, warte, hier wär ne K. Die laggt die Lobby? Ja, er oben drauf. Nicht knock. G-Break. Die Waffe wäre ein komisches. Boah. Ich hab Kontakt. War nicht gut. Wir laggeln ob die anderen aus. Ja, das ist echt so. Ey, pop mal ne UF. Er ist oben, oben, oben hier. Oh, du hast kein UF. Guck mal was ich ja dabei hab. Oh, ein Airstrike. Boah, hier läuft einer. Okay. Der ist genau da an der Wand. Der 70, oder? Der macht ne Sipplein. Der Sipplein ist kaputt, der Idiot. Was hast du denn dabei? Ja. Die CW-AK. Die sind unter uns. Deiner hat Geist gepumpt. Oh, beide vor mir. Oh, die blicksen. Weiß. Also jetzt waren auch wieder Bots, wie sie im Buche stehen. Der muss da sein? Der ist im Busch drin. Ich hab ihn geklettet. Hast du den linken? Hast du den? Ja, ich hab beide, beide, beide. Ich hab vorhin investiert. Boah, ich bekomme ein Airstrike raus, wenn ich seine Waffe trade. Ich hab den Airstrike da. In dem Haus drin. Nice. Boah, der noch? Pass auf, von rechts fern Yellow, glaub ich. Der ist E-Blow, E-Blow. Ja, ich hab mir noch Hits gegeben. Rechts von mir? Nein, vor uns im Haus. Wir gehen direkt weiter. Direkt auf Orange. Niko und mir auch, und mir auch. Full Team. Wie und, und du? Im Haus drin. Zwei Teams, zwei Teams sogar. Das ist ein tot Soldat. Noch mehr. Oh, die Lobby ist so geil. Über uns. Über uns. Er ist oben drin. Oh mein Gott, Jock, die Waffe schnell. Der Deutsche. Der auch, Mann. Komplett lost, die Boys. Die Blixen ist auch richtig krass. Das ist der. Der fliegt ja. Der fliegt ja. Schieb weg. Oh, schieb weg. Der ist hier. Der ist hier. Oder dann direkt zwei weitere. Ich bin echt hyped auf dem Battle Royale. Weil, wird anders, wird anders, wird wieder komplett was Neues. Hinter uns, hinter uns. Oben drauf. Keiner hat nen Hit. Geh mal hier. Wir sind zwett. Geh mal hier. Geh mal hier. Sind die unten? Hier einer. Hit. Genau hinter der Pflanze da, Nico. Ah. Party Hit. Ah, da ist noch mehr. Hat nen Hit. Runtergefallen. Ammoni Box. Ja. Party Hit. Noch. Ich hab Prezi draufgemacht. Ich hab beide Kills bekommen, Bro. Echt? Ja. Ich weiß aber nicht wieso. Oder? Ja, ich hab beide Kills bekommen. Ich hab den einen genockt und den anderen dadurch gesheelbraked und dann ist er in der Zone gestorben, glaub ich, weil er so One Shot war. Oh, Bro, da ist One. Bro, über dir. Hier. Da ist One bei mir. Nice. Hast du nicht gesehen? Ne, man. Die snipen von unten. Ich seh's aber nicht. Wie ist die auf der Drohne? V1N Cups auf Failback HDL. Der rechts hat Hit. Die Mufels zusammen. Die AK gibt ein gutes Feeling. Was ist wieder nach oben? Lass mich hinter den fetten Stein gehen. Von wo wirst du gelasert? Von rechts zu unten Richtung Subban. Vor uns, Klo. Ich hab den Killer aber nicht bekommen, glaub ich. Hier war einer. Hier im Haus. T-Break. Da ist noch einer im Haus. Da ist noch einer im Haus. Noch zwei. Klo. 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 Und wo? Von da, wo ich hinguck. Die haben, glaub ich, das LMG. Ja ja. Beide. Einer ist im Wachtturm oben. Der andere ist links davon. 210 Schuss, der ist vor uns am Baum hier, noch hier am Baum, dann noch hier oben ein Shieldback im Turm E drunter Ja, das hat der Fights Was? Wie hat sich der bekommen? Der hat die Weißt du, Shotgun hat der die OnePub gegeben Ne, der hat die PPC Loll